Hallo und herzlich willkommen. Ich schiebe heute mal eine Sonderrunde, weil ich heute meinen 50. Geburtstag feiere und ich wollte dieses Datum, dieses Schwellendatum für mich zumindest zum Anlass nehmen, mich einmal recht herzlich bei dir zu bedanken. Danke, dass du diesem Kanal folgst. Danke für deine Daumen hoch, für deine geteilten Videos, auch ab und zu für deine Unterstützung, für deine Kommentare und danke, dass du mir auch immer wieder die Überzeugung gibst, dass das hier Sinn macht, dass ich mich hier hinsetze Woche für Woche und Videos produziere. Und zu diesem Jubiläum habe ich heute von einem lieben Freund eine Zeitung geschenkt bekommen und zwar eine 50 Jahre alte New York Times. Und du wirst nicht glauben, wenn man die Zeitung so liest, steht drinnen, die Autoindustrie ist pessimistisch. Es wird eine, es wird unbedingt eingreifen, eine Intervention des Präsidenten gewünscht. Wir haben weiter drinnen im Blatt, eine Ölfirma wurde verurteilt für verbotene Wahlzuckerl und im Großen und Ganzen immer wieder dasselbe. Und wenn man so zurückblickt und auch vorausschaut, dann denke ich, dass jeder merkt, dass sich in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten die Welt enorm geändert hat. Ich rede auch immer wieder meinen Astro-Videos darüber und mich begleitet ja jetzt schon die Energiearbeit und die Astrologie, die Astrologie schon über zwölf Jahre und die Energetik seit über 30 Jahren, wo ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, wo ich eben schaue, was wirkt denn in der Welt. Zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und nicht auf einer wissenschaftlichen Art und Weise, sondern auf einer sehr persönlichen Art und Weise. Dann am Ende des Tages ist es mein individuelles Leben. Es ist genauso dein individuelles Leben. Das heißt, es ist dein individuelles Leben. Lass dir von niemandem etwas erzählen, wie etwas wirkt auf dich. Und es ist auch mein individuelles Leben. Und diese Individualität wird Bestand haben. Und alles, was versucht, die Menschen in Statistiken über einen Kamm zu scheren, irgendwo einzufügen, zu sagen, so ist das. Das ist die Regel. Das ist die Normalität. Das ist normal zu denken. Das ist das Beste, das Gescheiteste für alle. Das ist einfach Nonsens. Und das ist ein netter Traum. Denn wenn es das gäbe, dieses eine Perfekte für alle, dann gäbe es nur eins. Und dann gäbe es diese Vielfalt nicht. Und da gibt es dieses interessante Sprichwort Uniformiertheit ist gleich Uninformiertheit. Und das soll jetzt niemanden bitte veräppeln, der eine Uniform trägt. Es geht mir eher darum, dass ich sage, dieses gleichgeschaltete, Gleichdenken, das ist richtig, das ist falsch. Genau das spaltet die Menschen. Genau das trennt ja auch. Dieses Ich habe recht, du hast nicht recht. Nein, es treffen sich zwei Welten, die eine Schnittmenge haben. In jeder Beziehung, in einer Geschäftsbeziehung, in einer beruflichen Beziehung, in einer Liebesbeziehung, in einem familiären Verband. Es treffen sich zwei Welten, die völlig unterschiedliche Themen haben, die völlig unterschiedlich und individuell auch gemacht sind und aufgebaut sind. Und da einen Konsens zu finden, ist maximal immer eine Überlappung, eine Schnittmenge. Und deshalb möchte ich heute an diesem Tag für mich sagen, die Welt wird sich immer weiter drehen. Aber Urteile nicht über die Welt. Sag nicht immer, das ist gut oder das ist schlecht. Denn am Ende des Tages kommt es darauf an, was du jetzt empfindest, was du heute empfindest. Und das, was ich heute empfinde, empfinde ich morgen vielleicht ganz anders. Aber was ich heute empfinde und warum ich auch hier sitze, ist eben ein tiefes Dankeschön an dich. Danke an alle Klientinnen und Klienten, die mich so lange begleitet haben. Danke an alle, die die Einzelsitzungen, die Seminare bei mir besucht haben, die mich über Jahre, Jahrzehnte oft schon mal begleiten in meiner Selbstständigkeit. Danke, dass du mich unterstützt. Also wirklich herzlichen Dank. Und das wollte ich heute mal ausdrücken. Und ich werde heute meinen Geburtstag noch feiern. Und ich wollte dich da in Gedanken auch noch mal mitnehmen dazu und dir wirklich sagen, egal wie die Welt jetzt aussieht, egal wie der Wandel ist, egal was auch immer jetzt passiert, wie turbulent das alles ist, im Wesentlichen bist du unveränderlich und im Wesentlichen bist du gut, wie du bist. Und daran versuche ich dich seit fast 24 Jahren in meiner Arbeit zu erinnern. Und ich werde auch noch schauen, dass wir hier am Kanal möglichst viele Leute erreichen und natürlich auch Inhalte erreichen, die dich interessieren. Das heißt, wenn du einen Input hast, wenn du irgendetwas hören möchtest, dann ist das jetzt so deine Gelegenheit. Schreib es mir in die Kommentare. Schreib mir gerne auch eine Mail, wenn du sagst, hey, das würde mich voll interessieren oder diese Themen würden mich interessieren. Und ich möchte auch in nächster Zeit eben noch viel mehr hier bringen und präsent sein auf diesen sozialen Medien. Und ich mag das Medium YouTube irrsinnig. Ich mag das auch hier vor der Kamera sitzen, mit dir zu sprechen und quasi einen Mini-Klon von mir aufzunehmen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Denn wenn du das Video siehst, sitze ich wahrscheinlich schon irgendwo anders. Aber die Botschaft wird weitergetragen und das finde ich immer cool, dass das so funktioniert mit der modernen Technologie. Und auf jeden Fall, wenn du irgendwelche Themen hast hier auf YouTube, wenn du dir irgendetwas wünscht von mir auf YouTube, dann bitte ist das jetzt deine Zeit, das in die Kommentare zu schreiben. Und ich werde schauen, dass ich das auch umsetze und natürlich auch alle Kommentare lese. Ich wünsche dir jetzt auch alles, alles Gute. Und wenn du bis zum Schluss jetzt bei diesem Video drangeblieben bist, dann habe ich noch ein kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Wenn du jetzt einen Termin buchst, gerne per Mail oder auch auf meinem Buchungstool über die Homepage, dann bitte schreibe einfach rein Geburtstagsgutschein. Und das ist ein Geburtstagsgutschein, dass du deine Sitzung minus 50 Prozent bekommst. Die Aktion gilt jetzt und auch, ob jetzt astrologisch oder energetisch, diese Aktion gilt jetzt bis 31. Oktober. Das heißt, wenn du bis 31. Oktober einen Termin buchst, muss jetzt nicht mehr im Oktober sein, aber in diesem Zeitraum und dazu schreibst du den Geburtstagsgutschein, dann bekommst du deine Sitzung minus 50 Prozent, weil ich den 50er habe. Und so können wir gemeinsam ein bisschen feiern vielleicht. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss und danke fürs Dranbleiben.